Einen wunderschönen guten Tag YouTube und was geht? Wir sind heute hier in Racerome drinne. Ich weiß, das sieht man bei mir nicht so oft ein anderes Game außer Formel 1 und Minecraft, aber ich habe mich gewagt und wir sind direkt auf der Quali-Runde, die ich geschafft habe. Obwohl ich sehr kalt tatsächlich rein bin in dieses Qualifien. Also ich suche die ganze Zeit schon seit Tagen Lobbys, wo ich einfach mal so ein bisschen fahren kann und das Ganze mal aufnehmen kann für euch, um halt euch zu zeigen, wie es halt für einen Neuling ist. Also klar, Neuling nicht. Ich habe schon andere Sachen gezockt, so ist es nicht. Aber man sieht auch hier jetzt, ich verbremse mich halt sehr, 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 sehr gerne. Und das ist halt noch so ein, wollen wir mal sagen, kleines Problemchen an der Stelle. Aber ganz ehrlich, ich bin Neuling. Also ich darf das noch. Na, wir sehen jetzt hier eine Quali-Runde von mir, die, ich glaube, dritte Runde. Ja, genau, unten steht es auch, dritte Runde ist es. Die anderen zwei waren halt ungültig, was soll ich euch sagen. Also Portugal ist dann noch nicht so die Strecke gewesen, die ich dann direkt auf Anhieb so zapsatab kannte. Ähm, naja, auf jeden Fall, ihr habt es jetzt schon mal so einen kleinen Einblick bekommen. Qualitechnisch, okay, ja, ihr kennt ja einen F1, qualitechnisch bin ich eigentlich gar nicht mal so bad. Aber, ähm, hier in RaceRoom ist es dann doch schon mal eine ganz andere Hausnummer. Wir sind übrigens unterwegs im Porsche 2023 GT3, ähm, in RaceRoom. Und wir sehen jetzt gleich schon mal die erste oder die letzte gezeiterte Zeit, die ich geschafft habe vor den Ungültigen. Und das ist, äh, eine 1 und es ist eine 1,46, 0. Soweit, so gut, war okay, hat nur leider dann doch nicht für P1 am Ende dann gereicht. Wir, hier sehen wir es, wir, äh, starten an Position Nummer 3. Ja, war okay für den Anfang, für einen kalten Start, sag ich jetzt mal, rein ins Game. Alles, alles entspannt. Ja, kurz vorm Rennen noch ein bisschen, äh, Tank nachgefüllt natürlich, weil 21, äh, Liter dann doch nicht reichen. Und ein bisschen die Reifendrücke geändert. Und dann ging es auch eigentlich schon fast, äh, direkt los. So, und dann sind wir auch kurz vor dem Start. Die Ampeln, äh, leuchten, nochmal ganz kurz schnell unten an der E-Tigerin gezogen. Und dann geht's los, rein ins Rennen. Portugal, nimm GT3 Porsche. Und der Start lief gar nicht mal so verkehrt für meine Verhältnisse. Side by Side in die erste Kurve. Muss mir hier leider den ersten Auftrag holen, weil ich sonst, äh, becrashed wäre wahrscheinlich. Immer noch Side by Side muss hier wieder weit gehen. Und dadurch bekommt er die Position. Aber wir können einen Switchback machen, indem wir hier besser rausbeschauen, wie er macht einen Fehler. Und wir haben P3 somit erstmal wieder safe. Und wir sehen im Hintergrund, da battelt sich der Porsche gegen den Ferrari, äh, oh Gott, alter, 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 alter. Ah, es war kein Ferrari, es war tatsächlich eine Corvette. Äh, sehr, sehr spät gebremst. Und es ist uns noch fast hinten rein gefahren. Aber wir konnten uns erstmal so an sich P3 safen. Und sind auch dran. Hier leider auch wieder direkt den nächsten Auftrag geholt. Also, ihr seht, ich komme noch nicht so ganz klar mit der... Wir haben ganz kurz unseren Renningenieur mal zu Ende reden lassen. Ich komme noch nicht so ganz klar mit der GT3 Serie. Aber ich wollte mich jetzt erstmal auf die GT3 Serie fokussieren, um halt erstmal ein Bild zu kriegen, okay, wie muss ich eigentlich wie auf welcher Strecke fahren. Und wir sehen hier, P2 verbremst sich hier ganz schön ordentlich. Dadurch kommen wir echt nah ran. Aber wir machen jetzt gleich den nächsten Big, 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 Big Fehler. Ich habe im Quali mitgenommen, dass man die Kurve vollnehmen kann. Lupf trotzdem noch mal ein bisschen, aber es hilft leider nichts mehr. Ich war mit den nächsten Auftrag. Ja, und Renningenieur meckert schon mit uns, aber wir sind weiter dran und versuchen natürlich uns P2 irgendwie zu ergattern. Denn ich sehe jetzt schon, okay, wir sind ungefähr gleich schnell. Ich muss doch irgendwie daran vorbeikommen. Und ich merke auch hier, ich bin hier im Rausbeschleunigen wesentlich schneller als er. Also muss ich das Momentum, was ich da in dieser Kurve habe, natürlich auch irgendwo nutzen. So, und jetzt wird es gleich ein wenig spannend. Denn... Es gibt einen kleinen Fehler von dem Mann vor mir. Erstmal mache ich einen klitzekleinen Fehler. Kriege den Apex nicht richtig hin. Wobei man eigentlich sagt, das sollte mit dem GT3 kein Problem sein. Man sollte da keine Zeit verlieren. Hat sich aber trotzdem irgendwie so angefühlt, als hätte ich eine Sekunde auf den Vordermann verloren. So, diesmal aber Auffahrt auf Start und Ziel. Haben wir daraus gelernt, Nico. Machen wir das. Richtig oder vergeigen wir es wieder. Ne, Quatsch. In dem Moment mache ich es tatsächlich richtig. Kriege die Kurve. Aber es war trotzdem auch wieder sehr, sehr knapp. Also, ich habe im späteren Verlauf des Rennens, habe ich halt mehr gelupft. Das hat ein bisschen mehr gebracht. Aber jetzt wollen wir jetzt mal auf den Fehler des Vordermanns eingehen, denn jetzt passiert ein dicker, dicker Fehler. Er bammt richtig auf diesem gelben Curve auf und verliert ordentlich am Momentum. Und dadurch kommen wir halt natürlich extrem nah ran. Ne, hier nochmal richtig weit ausholen für die nächste Kurve. Um halt das Momentum zu nutzen, weil ich schneller bin und fast die Kollision gehabt. Aber wir schaffen es und ziehen dran vorbei. Problem, diese Kurve liegt mir nicht. Ich verbremse mich komplett und mache dafür wieder klar die Tür auf für den Hintermann. Wir sind Side by Side. Und das ist das, was ich jetzt noch gleich lernen muss. Ich fahre viel zu weit innen, viel zu passiv. Und er kann dann quasi jetzt schon den Switchback planen. Und man sieht jetzt auch gleich hier, ich musste sagen, okay, war stark gemacht. Aber im Endeffekt, im Nachhinein, wenn ich mir das Video angucke, viel zu passiv, viel zu wenig aggressiv gefahren. Und jetzt aber trotzdem haben wir trotzdem nochmal die Chance, gehen Side by Side in die nächste Kurve. Aber unterschätzen die Kurve dafür, holen uns den nächsten Off-Track. Und kriegen auch noch Anschluss von unserem Renningenieur. Also man sieht, als Fahranfänger von Raceroom, von der GT3-Serie, es sind noch viele, 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 viele Probleme da. Da war viel, viel Training eigentlich nötig, um halt vorne mit den Besten mithalten zu können. Denn wenn wir mal schauen, P1 hat 8,6 Sekunden Vorsprung. Und das stinkt natürlich einem Race-Fan. Da muss noch Training her, um das Ganze ein bisschen zu perfektionieren. So, wir holen uns erstmal den nächsten Cut. Müssen 22, also zwei Zehntel zurückgeben. Was wir hiermit auch tun, einfach kurz vorm Gas gehen. Also hat sich die Sache auch dann für uns erledigt. So, die Kurve trifft mir das ein oder andere Mal doch ganz gut. Doch noch nicht so gut, dass wir vorne angreifen hätten können. Es ist ein bisschen so, das Spiel ist schon hin und her gerade. Pace ist ungefähr die gleiche, denn die können ungefähr hintereinander herfahren. Und das zeigt mir, okay, ich mache nicht so viel verkehrt. Also man merkt, ich habe schon andere Race-Games gezockt. Aber ich habe halt noch nicht genug gezockt. Deswegen immer dranbleiben. Aber es ändert sich noch einiges hier in dem Rennen. So, wir fahren jetzt erstmal hintereinander ein wenig her. Also wir haben jetzt gerade Runde 3. Und jetzt erstmal nochmal ein Off-Track. Ja, wir kriegen schon ein bisschen Probleme mit unserem Renningenieur. Der ist schon so ein bisschen sauer. Aber das gehört auch zum Fahranfänger mit dazu. Und dann der nächste Fehler von P2 aus. Und jetzt habe ich gesagt, komm, musst du nutzen. Musst du nutzen, will er denn reinstechen? Und dann gibt es die Kollision. Und ich beschwere mich natürlich. Aber ich denke mal, im Nachhinein betrachtet, würde er mich wahrscheinlich hier vorbeigelassen haben. Was halt absolut fair ist. Aber natürlich, man kennt mich, ich vergeige natürlich die Kurve wieder. Aber er ist wirklich fair, lässt mich vorbei, lässt mich vorfahren. Problem an der ganzen Sache war einfach nur, er hat mich danach auch nicht mehr bekommen. Also das ganze Ding ging eigentlich nur so aus. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Außer, dass ich mir mehrere Off-Tracks geholt habe. Und der Renningenieur war schon ziemlich, ziemlich sauer auf mich am Ende. Aber ich kann festhalten, ich konnte dranbleiben. Ich habe viel gewagt, also auch eine komplett andere Fahrweise gefahren, wie jetzt quasi Formel 1, was halt wirklich ein kompletter Unterschied ist. Allein das Reinbremsen oder das dauerhafte Bremsen, was ja in der Formel 1 nicht möglich ist, weil sonst die Reifen blockieren, ist hier einfach möglich. Ich weiß nicht, ob man es irgendwo mal so ganz genau sehen kann, wo ich dann einfach mal auch wirklich krass reinbremse. Wir werden jetzt gleich erstmal einen Switch sehen, von Runde 4 zu Runde 10. Denn es ist wirklich nicht mehr viel passiert. Also außer viele, viele Off-Tracks, viele, viele Fehler. Also meinerseits her, so Apex nicht getroffen. Probleme, wir haben auch ein bisschen mit den Reifen. Wie ihr seht, die Prozentzahl 81% vorne links ist schon heftig. Irgendwann wir den nächsten Off-Track haben 19 Inzidents. Ja, und müssen natürlich auch hier direkt 7 Zehntel wiedergeben. Also, ja, Renningenieur sauer, kann ich verstehen. Aber wir sind, wie gesagt, Fahranfänger in Raceroom, in der GT3-Serie. Und müssen noch viel, 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 viel lernen. Ja, aber so, das war mein ganzes Rennen. So, wie ihr das jetzt hier auch gesehen habt. Ich werde mich gleich noch ein bisschen wundern. Und zwar, äh, 1,43, 2 von P1. Äh, war schon Hausnummer im Gegensatz zu meiner 1,45, 7. Muss dann nochmal 3 Zehntel wiedergeben. Und, ja, aber im Endeffekt, ey, wir sind P2 angekommen. Er wird P1 sagen, weil, ähm, ich glaube, der Vordere ist nicht mit einem Porsche GT3 gefahren. Der ist eine andere Klasse gefahren. Trotzdem, alles in allem, war es ein cooles Rennen. Muss ich wirklich dazu sagen. Wenn es euch natürlich auch gefallen hat, lasst gerne, gerne schon mal eine Bewertung da. Gerne, gerne einen Kommentar da lassen. Und, äh, wenn ihr schon dabei seid, einmal auf den Abo-Button klicken. Ist nur ein Klick, unterstützt mich sehr. Und, äh, ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß bei der Zusammenfassung vor meinem aller, allerersten richtigen Race Room Rennen. Das soll's gewesen sein. Ich, äh, zeig hier gerade nochmal Daumen hoch, weil das Rennen echt gut lief für mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.